Du solltest nachts auf den Straßen sein. Vergiss nicht, du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast. Ich habe gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Das heißt, du meinst es ernst. Sonst wäre ich Volkan hier. Hör zu, wenn du in die Leak willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Bullshit. Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt. Okay, um der Leak näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Roll vom ersten Abend? Seine Crew, die Speedboys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihm, was wir drauf haben. Es macht dich an, in die Leak geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020